willkommen zu einem weiteren unboxing auf meinem kanal schön dass du wieder eingeschaltet hast und auf dieses unboxing habe ich heute mega 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 lust leute erstens sieht der booster extrem geil aus der hier vor mir liegt ich habe nämlich eine premium gold tüte der neuen fifa 365 2019 serie die gold tüte ist vor ein paar tagen erschienen und ihr wisst ja leute die gold tüte ist immer was ganz besonderes die kostet nämlich auch 9,99 euro leute ein booster quasi für 10 euro und bevor ich hier weiter rum knister pack ich erstmal ganz kurz aus so papier kann weg so sieht der booster aus dieses papier kann auch weg brauche ich auch jetzt hier nicht ja es geht ja nur um die karten und es geht um diesen booster leute wie geil sieht erstens der booster aus hier haben wir einen sergio ramos filippo coutinho robert lewandowski und kilian mbappé da drin haben wir jetzt gleich limis und diese online karte und dann auch noch einen premium booster es gibt ja auch nicht diese normalen premium booster für fünf euro ich habe hier heute den premium gold booster let's go reißen wir den hier mal auf und uns kommen die limis entgegen und das sind die limis obwohl nicht alle rame sterling war jetzt nicht da drauf auf diesem booster hier fehlt nämlich sterling da wäre es eigentlich geiler gewesen wenn das sterling noch drauf gewesen wäre weil mbappé ist auf dem booster mbappé haben wir jetzt hier als premium gold limi premium gold limi also ich fand die premium gold limis zur wm richtig geil aber die premium gold limis haben noch luft nach oben sagen wir es einfach mal so kilian mbappé ist auf jeden fall die erste limi dann haben wir hier rame sterling eben schon angesprochen weil mbappé ist halt auf dem booster und auch coutinho ist auf dem booster bloß rame sterling fehlt vielleicht ist der okay hier ist jesus drauf auf dem premium booster okay auf jeden fall rame sterling limi und auch den philippe coutinho limi und dann haben wir noch diese art renne xl fifa 365 online card ja coins karte mit dem code 20 coins zack zack das sind also die vier schrägstrich drei limis die es hier gibt genau die lege ich mal hier oben hin premium gold booster kann auch da liegen bleiben und jetzt haben wir ja noch zwei eine weitere limi und drei power karten und sechs reguläre in diesem premium booster und auf dem premium booster haben wir koke gabriel jesus blaze matuidi und tiago von den bayern dieses mal in so einem blauen design blau silber ja blau weiß halt so let's go reißen wir den hier mal auf und mal schauen welche limi wir bekommen weil es gibt in diesen premium booster ja auch ich glaube wie viele verschiedene limis gibt es da fünf oder zehn sogar wenn wir starten wir mit der ersten power karte hier in diesem back club and count wie beides franzosen beides beide bei barcelona samuel umtiti und usman dem belay und die ok die premium limis gefallen mir besser weil die sind so im komplett silbernen design die ganze silber die ganze serie ist so gold eigentlich alle karten sind so gemacht und die karte gefällt mir richtig richtig gut gabrie jesus als premium limi jesus war ja auch auf dem booster mit drauf so unsere vierte limi im heute am heutigen tage arthur von barca und auch noch mauro ikadi 100 tore für inter mainland als meister und auch eine richtig coole karte hier mit seinem trikot mit der 100 als auszeichnung die base karten dürfen auch nicht fehlen arcardius milik barrios luis adriano lukas bilzschek bruno cortez und reynoso von bocker juniors und das war hier der premium gold booster leute wollt ihr noch mal premium gold booster sehen dann schreibt mir unten in die kommentare lasst ein däumchen da lasst ein abo da leute das war heute das kurzige das kurze knackige unboxing aber mehr gibt es ja nicht zu zeigen das war der premium gold booster also ziehe ich das video auch nicht künftig in die länge oder so weiter ich bedanke mich fürs zuschauen lasst ein like da lasst ein abo da wir sehen uns beim nächsten mal haut rein und zu sehen